Hallo alle, ich wollte mich schon wieder melden. Mir geht's gut, das Medikament läuft noch. Es gab keine Nebenwirkungen mehr. Bis nächste Woche Montag habe ich dieses Ding hier immer bei mir. Also bis nicht nächsten Montag, sondern übernächsten, bis Ostern vorbei ist. Läuft hier, zeige ich euch kurz, habe ich hier immer bei mir. Ist am Port angestochen. Und zack, läuft immer rein. Halb so wild, kann man nicht schlafen, stört eigentlich nicht. Außer ab und zu läufst du mal los und kriegst dann einen Rückzug, weil du es vergessen hast. Aber halb so wild. Gestern war ich mit meinen Jungs in Jugosheim auf dem Turnier. Und ja, da durfte ich die Leute von Respekt kennenlernen. Und war richtig cool, richtig coole Leute. Und richtig, ähm, hat mir richtig gefallen, dass ich die kennenlernen durfte. Und ja, wir bauen ja das Riesending, also die Typisierung auf. Mit unserem Organisationsteam hier stehen hinter uns total. Und das haben sie mir auch gezeigt und haben sie mir auch ganz klar deutlich gemacht, dass sie dahinter stehen. Und, ähm, ja, deswegen danke. Dann durfte ich die Schirmeherrschaft, die Santa Mirat, habe ich kennengelernt. Da ist sie cool drauf. Ich bin echt froh, dass sie die Schirmeherrschaft übernommen hat. Und wie ich sie auch kennenlernen durfte. Und, ähm, ja, das Turnier da oben war auch ganz cool. Eigentlich haben sie ganz cool gemacht. Und, ja, sonst gibt es eigentlich nichts weiteres zu erzählen. Mir geht es gut. Ich habe keine Probleme irgendwie. Und, ja, morgen, denke ich, melde ich mich nochmal, weil da habe ich noch was, was ich euch dann zu erzählen habe. Das sage ich heute noch nicht, das erzähle ich euch dann morgen. Also, macht's gut und schönen Sonntag noch. Ciao.